Applaus 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 Amen. 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 Das ist John Sebastian Bach. Du hast gehört, ein sehr intelligenter Counterpoint, und du hast auch ein bisschen mehr, sagen wir, der Athletik-Style der Baroque, der Concerto, in der die anderen Parten, die nicht die intelligenten Counterpoint, und die Texture, die wir jetzt sagen, wo sie für eine Stile, die ein bisschen mehr virtuoso, und ein bisschen mehr straight-forward, zu hören zu. Wir werden jetzt mit einer der LONGEST PIECES in einer Single Movement, die in der Baroque-Era wurde, und das ist, für die Organisten, ein sehr bekanntes Asakai. Das ist eigentlich eine Composition, das ist based auf eine Single Theme, eine Melodie, das ist mit Bart und mir, auf die zwei Bass-Recordern, und das dann, eigentlich, um, um, die verschiedenen Instrumenten, so Paul, auf den Tag, Joris, auf den Travel Recorder, für Dozens und Dozens of Times. Um, so, you can always feel this main motive, um, scattered somewhere, um, nach einem von uns, und dann, there sind viele intelligent, typische, German-Style, um, counterboards, weavened around them. So, we hope you enjoy this, quite a long piece, The Passakai, by John Sebastian Bach. Am 10. Am 10. Am 10. Am 10. Am 10. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Applaus Applaus Applaus